Servus liebe Trader, im heutigen Video will ich euch den TraderFox Portfolio Builder vorstellen. Ein Tool, das euch helfen kann, regelbasierte Anlagestrategien zu entwickeln und auch langfristig zu testen. Ich bin hier auf aktie.traderfox.com eingeloggt bei unserem Aktienterminal. Von dort aus kann ich mich immer zu allen wichtigen Tools verbinden lassen. Und hier gibt es auch, wie gesagt, den Portfolio Builder, optional portfoliobuilder.traderfox.com. Und heute möchte ich euch einfach mal zeigen, wie kann ich ein solches Template erstellen. Und was ist der ganze Sinn hinter dieser Sache? Hier kann ich jetzt wirklich verschiedene fundamentale und technische Kriterien eingeben, um zum Beispiel zu sagen, wie schneidet mein Depot im Vergleich zum S&P 500 zum Beispiel ab als Benchmark, wenn ich nur Ausbrüche auf neue 52 Wochenhochs handle, wenn ich nur besonders trendstabile Aktien ins Depot lege. Oder heute können wir zum Beispiel einfach mal nachsehen, wie schneidet ein Depot zum Beispiel ab, wenn ich nur Pivotal News Points handle, also Gap Ups mit verbundenem Volumenanstieg handle. Zunächst einmal, wenn ich ein neues Template erstellen will, ich klicke hier einfach jetzt mal auf neu, dann muss ich natürlich ein Aktienuniversum auswählen. Welche Aktien möchte ich überhaupt handeln? US-Werte, europäische oder deutsche Werte? Ich entscheide mich jetzt hier zum Beispiel mal für die 2000 Volumen stärksten US-Aktien. Und dann kann ich hier auch ein Startdatum eingeben. Also ich kann zum Beispiel wirklich jetzt sagen, ich möchte das Ganze simulieren schon und möchte die 2000 Volumen stärksten US-Aktien aber mit dem Startdatum 1.01.2019 zum Beispiel. Ich bleibe jetzt hier aber mal beim aktuellen Datum, muss das jetzt nochmal umstellen. 6.07. und dann muss ich auch schon meine Ranking-Kriterien eingeben. Da lege ich jetzt fest, welche Aktien dieser 2000 Volumen stärksten Aktien scheinen oben auf und sind für mich besonders interessant. Also welche Aktien favorisiere ich aus diesem Aktienuniversum? Und da kann ich zum Beispiel sagen, mal fundamental, ich möchte hohe Wachstumsraten haben, zum Beispiel ein EPS-Wachstum auf Sicht der letzten 12 Monate, aber auch gegenüber dem Vorjahresquartal. Dasselbe dann auch nochmal beim Umsatz, Sicht der letzten 12 Monate, Vorjahresquartal. Und dann muss ich hier eigentlich nur noch die Gewichtung eingeben. Da gebe ich jetzt jeweils mal 15% ein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass am Ende 100% rauskommen. Ihr seht das hier auf der rechten Seite noch einmal zusammengefasst. Jetzt sind wir bei 60%. Ich möchte hier noch technische Kriterien hinzufügen und zum Beispiel schon mal sicherstellen, dass wir bullische Aktien handeln. Das heißt, wir wollen einen möglichst geringen Abstand zum 52 Wochen hoch. Abstand vom Hoch. Da geben wir jetzt zum Beispiel nochmal 30 ein. Jetzt sind wir bei 90%, dann nehmen wir zum Beispiel noch was hinzu. Wir können zum Beispiel auch eine tägliche Volatilität berücksichtigen. Abstand vom Hoch wollen wir möglichst gering. Da ändere ich nochmal den Pfeil. Tägliche Volatilität können wir reingeben. Nehmen wir da nochmal die restlichen 10 hinzu. Und dann geht es darum, die Entry Rules festzulegen. Also wir haben jetzt festgelegt, wie wir dieses Universum sortieren. Wann kauft unser System diese Aktien? Wir können jetzt zusammengefasst nach dieser Gesamtgewichtung auf einen Gesamtscore setzen. Das heißt, wir wollen hier zum Beispiel mal nur zum Beispiel die 30 der 100 besten Aktien berücksichtigen. Also nehmen wir hier 70 bis 100. Fundamental können wir zum Beispiel auch sagen, das mache ich eigentlich ganz gerne, eine Marktkapitalisierung von zumindest einer Milliarde Euro oder in diesem Fall Dollar. Da filtern wir automatisch dann auch mal die Penny Stocks heraus. Fundamentale Rankings technisch. Ja, nehmen wir einfach noch Chart-Signale hinzu. Dann kann ich hier nämlich nochmal sagen, die Aktien, wie gesagt, sollen mit einem Aufwärts-Gap, also ein Gap-Up, zumindest in den letzten 30 Tagen überzeugt haben. Gap-Größe zumindest 5%. Wir werden monatliche Umschichtungen vornehmen. Darum schaue ich einfach mal, dass auf Monatsbasis zumindest ein Aufwärts-Gap vorhanden war. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir wollen, dass das Volumen ansteigt. Ja, sagen wir zumindest eine Volumenverdoppelung in den letzten 30 Tagen auch. Und die Aktie soll auch ein neues 52 Wochen hoch markiert haben. Auch das können wir hier zum Beispiel berücksichtigen. Dann können wir gleich auch mal ein Ranking erstellen. Welche Aktien sind denn nach dem heutigen Datum interessant? Welche Aktien scheinen hier oben auf und erfüllen diese Kriterien? Wir haben hier zum Beispiel eine Tampa Sealy International, wo es gerade einen schönen Base Breakout auch gegeben hat. Führende Anbieter von intelligenten Matratzen. Sleep Tracking ist auch ein Lifestyle-Produkt, das immer mehr im Kommen ist. Wir haben aber auch Joint Cooperation, sehr bullish unterwegs. Stackers Outdoor, also generell die Retailer, ebenso auch wie eine Dick Sporting Goods. Da gibt es sehr starke Aufwärtsbewegungen. Diese Aktien haben wir dann hier sofort auch oben aufscheinen nach unseren Kriterien. Jetzt gibt es festzulegen, die Transaktionsregeln, wie viele Aktien sollen ins Depot kommen, wann schichten wir um. Wir können hier auch nochmal zum Beispiel sagen, wenn wir gestartet hätten im letzten Jahr, lassen wir das einfach mal so ein Einjahreszeitraum, den wir im Backtest jetzt auch berücksichtigen. Wir haben ein Startkapital von 100.000 Euro. Benchmark nehmen wir jetzt hier zum Beispiel den S&P, weil wir US-Werte handeln. Depot-Positionen 10 Stück, passt auch. Wir können hier die maximale Abweichung von der Positionsgröße auch eingeben. Das heißt, das System schichtet automatisch um, wenn es eine Abweichung von zumindest 30% gibt. Das heißt, dass hier kein zu großer Ausreißer auch mit dabei ist. Wir können aber auch optional hier sagen, monatlich bitte komplett Gleichgewichten entsprechend umschichten. Das heißt, dass alle Positionen wieder gleich groß sind. Man muss dann nur aufpassen, wenn man das im Echtbetrieb nachhandeln möchte, dass die Ordergebühren nicht zu hoch werden. Umschichtungsintervall können wir hier auch quartalsweise bis täglich auswählen. Wir bleiben jetzt hier mal bei monatlich. Wie gesagt, hebeln wollen wir nicht. Möglichkeit eines Stop-Loss und Take-Profit ist gegeben. Market Timing sagt zum Beispiel aus, wenn die Benchmark, also der S&P 500, unter seinem GD 200 notiert, dann stoppt das System den Handel oder den Kauf von Aktien und verkauft das bestehende Portfolio. Market Timing gibt es auch nur bei den Umschichtungsterminen, wo es dann etwas mehr Spielraum gibt. Ansonsten können wir sagen, bitte das Depot immer mit den top-platzierten Aktien in der Rangliste auffüllen und die anderen Aktien verkaufen. Das heißt, wir haben dann immer die Top 10 Titel des Rankings mit dabei. Auch hier kann man etwas mehr Spielraum einräumen, wenn man zum Beispiel sagen möchte, ja, top-platzierte Aktien möchte ich haben, aber bitte erst verkaufen, wenn sie unter das Ranking, also unter einen Wert von 50 fallen zum Beispiel. Transaktionskosten kann ich auch berücksichtigen, etc. Das gibt es dann hier, Exit Rules. Wann steigen wir sonst noch aus? Ich kann hier zum Beispiel auch wieder sagen, ja, nehmen wir technisch, wenn der Abstand vom Hoch zu groß wird, also wenn die Bullenqualitäten gewissermaßen auch verloren gehen, kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn der Abstand größer 15% beträgt, dann schmeißen wir die Aktie auch aus dem Portfolio. Jetzt kann ich hier mal eine Simulation auch durchführen, so wie wir es eingestellt haben, auf Sicht eines Jahres. Wie schneidet unsere Strategie ab? Ich hoffe gut, ich habe sie noch nicht zuvor getestet. Jetzt sehen wir, okay, immerhin haben wir eine Outperformance. Wir sehen hier blau eingezeichnet die Performance des S&P 500 auf Sicht des letzten Jahres und rot haben wir unseren Portfolio-Backtest, also hier zur Spitze im März hätten wir aus unseren 100.000 Euro dann schon 153.000 gemacht. Der S&P war da gerade mal bei 124.000, 125.000. Ich kann jetzt hier auch noch den Berechnungszeitraum verändern und weiter nach hinten verlagern, dann habe ich ein noch weiters außergekräftigeres Bild im langfristigen Kontext. Ansonsten gibt es hier dann noch die Möglichkeit, das Portfolio einzusehen. Ich kann wirklich sagen, wie sieht das Portfolio nach dieser Strategie zum heutigen Stichtag aus, kann aber auch hier rückwirkend festlegen, wie hat sich das Portfolio oder das Depot vor zwei Jahren gerade zusammengesetzt zu einem bestimmten Datum. Aktuell haben wir gerade gesehen, Titel wie Joint Corporation, Tampa Sealy, Deckers Outdoor, also viele Retailer hätten wir da vor allem drinnen. Auch eine Nike, wo es gerade sehr starke Quartalszahlen gegeben hat und wo es seitdem auch weitere Anschlusskäufe gibt. Ich kann das wie gesagt hier nach dem Datum noch mal einsehen. Die Transaktionshistorie kann ich auch anzeigen lassen. Da sehe ich dann wirklich alle Trades im Betrachtungszeitraum, den ich festgelegt habe und kann das Ganze dann noch weitaus besser nachvollziehen. Wann sind Dividenden ausbezahlt worden, wann sind Käufe, Verkäufe getätigt worden etc. Kann das dann sehr gut überblicken. Das Ganze kann ich natürlich auch abspeichern, speichern als meine Strategie zum Beispiel, kann das dann entsprechend wieder laden, weiter bearbeiten. Und ja, was benötigt ihr überhaupt, um dieses Portfolio-Tool nutzen zu können? Auf Traderfox.de gibt es auf dem Bestellenreiter den Button Add-ons und dort ganz oben gleich den Traderfox Portfolio Builder einfach mal auf Informieren klicken. Ihr seht hier noch mal beim Traderfox Complete Abo, da ist der Portfolio Builder generell schon mit dabei. Ansonsten als Add-on erhältlich und hier noch mal kurz für euch zusammengefasst, für 29 Euro im Monat habt ihr Zugriff zu diesem Tool, um wie gesagt eure eigene regelbasierte Anlagestrategie zu entwickeln und auszutesten und dann hoffentlich eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erstellen eurer Strategie und dann viel Erfolg mit euren Trades.